Jetzt, wo die beiden sich getrennt haben, löst Tanja mit einer simplen Story Baby-Gerüchte aus. Und dabei ist sie selbst schuld. Die Trennung von Julienko beschäftigt jeden aus ihrer Community. Wieso kam es so weit und hätte man das verhindern können? Immerhin haben sie sich ein Haus gekauft und ihr gemeinsames Leben in diesen vier Wänden geplant. Ihr Zimmer hat sie nach und nach aufgebaut und zusammengestellt. In einem Video erzählt sie auch, welche Objekte noch im Zimmer fehlen und was sie bestellt hat. Doch plötzlich war Schluss damit. Die Trennung überrascht auch Tanja. Mittlerweile kehrt wieder Normalität ein und dieses Video sorgt für Spekulationen. Denn Tanja macht einen Test und angeblich ist sie spätestens im Oktober schwanger. Hat sie eventuell bereits jemanden, um das zu realisieren? Oder gibt es Hoffnung auf eine Versöhnung mit ihrem Ex-Boyfriend? Wäre natürlich wunderschön, wenn es klappt und die beiden sich endlich aussprechen. Immerhin waren sie ein tolles Liebespaar und ein gemeinsames Kind, wäre schön mit anzusehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017